Christian Windler Diriso ist ein Schweizer Historiker. Leben Christian Windler studierte von 1979 bis 1985 allgemeine Geschichte des Mittelalters und der Neuzeit, französische Sprachwissenschaft und der französische Literaturwissenschaft an den Universitäten von Basel, Genf und Thulaus. Windler war von 1987 bis 1995 wissenschaftlicher Assistent am Historischen Seminar der Universität Basel, wo er 1990 mit einer Dissertation über lokale Eliten, Iseniorialer Adel und Reform Absolutismus in Spanien, das Beispiel Niederandalousien promovierte. Von 1992 bis 1998 arbeitete er am Habilitationsprojekt La Diplomaticum Experience de l'Autre. Consuls Francais au Magreb. Windler bekleidete von 2000 bis 2004 eine C3-Professur für die Geschichte des romanischen Westeuropa an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Seit 2004 lehrt er als ordentlicher Professor für neuere Geschichte an der Universität Bern. Seine Forschungsschwerpunkte bilden französische und spanische Geschichte der frühen Neuzeit und des frühen 19. Jahrhunderts.